Zuerst einmal ein frohes Ostern und dann ein kurzer Blick auf Matthäus 28. Und ein Engel des Herrn kam von Himmel herab, wie der Blitz, und sprach, Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht, er ist nicht hier. Er ist auferstanden von den Toten. Nicht mal so schwer, das ganz Wichtige ganz kurz zu sagen. Er ist auferstanden von den Toten. Er ist auferstanden von den Toten. Er ist auferstanden von den Toten.